Herzlich willkommen bei WOMAG. Wie schön, dass ihr da seid. Kommt mit! Wir sichern uns Fachkräfte mit unserem Qualifizierungsprogramm, in dem wir zuvor arbeitssuchende Personen qualifizieren und in unseren Arbeitsalltag integrieren. Mit unserem Qualifizierungsprogramm im Bereich der Logistik ist es uns gelungen, 13 zuvor arbeitssuchenden Personen den Einstieg in eine qualifizierte Beschäftigung zu ermöglichen und damit das Fachkräfteaufkommen unserer ländlich geprägten Region zu erhöhen. Für unser Projekt konnten wir starke Partner gewinnen. Wir arbeiten eng mit der Agentur für Arbeit, einem Bildungsträger und der Transformationsagentur zusammen, wodurch es zu einer engen Verzahnung zwischen wirtschaftlichen und staatlichen Akteuren des Arbeitsmarktes kommt. Durch das Arbeitsamt habe ich von der Qualifikationsmaßnahme erfahren und habe mich auch darauf beworben. Ja, für mich ist das jetzt nochmal eine Riesenchance, in meinem Alter nochmal eine Berufsausbildung zu bekommen.